machen wir das mal so weil schlösser öffnen also schlösser knacken werden wir nicht so häufig gerade brauchen und wenn doch haben wir immer noch meister liebes tränke und ähnliches aber meine freunde wie schön dass wir uns noch einmal sehen ihr habt schon alles für meine reise ich habe schon alles für meine reise nach rockley vorbereitet wenn die straßen sicher sind mache ich mich auf dem weg zum beispiel wie wär's wenn wir darauf anstoßen gute idee kieran bringt etwas zu trinken für uns alle kommt dann trinken wir mal einen weinbrand drüben auf der toteninsel treibt sich ein zauber herum man sagt er will alle toten barbaren zum leben erwecken und sie gegen einsam weit ziehen lassen eigentlich nicht und noch ein monschein whisky es heißt in der dv bremens schneise kämen dunkel elfen heraus er sollte wohl besser jemand dafür sorgen dass diese teufel nicht in unsere richtung kommen okay dein befehl ich möchte mich ja nicht einmal so vor aber vielleicht sollten wir eine rast einlegen ja das wollen wir jetzt noch mal außer du hast vielleicht zwei teleport zauber für uns die wir benutzen könnten aber ich glaube die sachen sind schon wie die sport von dem remo harz auf jeden fall bis wir dort angekommen sind kontakt zu anderen er hat leider nur ein phantom tour und teleportationsfeld teleportieren zeit wahllos durch die gegend feuer elementar chaos faire und tote befehligen aber wir können bei dir die verkaufen wie sieht's mit remo harzpanzer aus die wirst du auch nicht haben wir brauchen ein zimmer für die nacht schlafen einmal königlich ja einverstanden so in ordnung was soll ich bei denen ich wollte eigentlich zu dem fallen stelle ich will gucken was ich mit den remo harzpanzer weiter ich kann mich nämlich nicht mehr daran erinnern ja du sagst mir auch nichts neues weiter da bleibt nur das haus des waldläufers was ist los mit vergnügen ihr hier im handelshaus ihr verkauft ja nix leider was ist mit dir kaufst du mir panzer ab nein schade schade warum handelt es sich naja jetzt haben wir kritische stärke außer wenn ich auch dreimal stärke pro tag habe oder habe ich mich verlesen nee einmal stärke stärke plus drei einmal täglich das heißt wenn wir das benutzen hat sie erste stärke von 21 kann damit sehr viel tragen dann wird weiter na provis hast du uns noch was zu sagen ok das heißt wer ziel jetzt zurück ins barbarnlager nein verstanden so seid ihr seid nicht von unserem blut ich habe tempos prüfung bestanden und bewiesen dass ich zu hören berufen bin jetzt ist die zeit dieser berufung zu folgen ja vielleicht ist es zeit mir geht tempos weiterhin über euch wachen kommt ich bringe euch zu wilf denn gut was wollt ihr hier fremdling dieses mal ist kein schamane da hinter dem ihr euch verstecken könnt ich war bei der seherin der eishöhlen sie schickt mich zu euch so ihr verliert einen schamanen der euch schützt und jetzt versteckt ihr euch hinter einem anderen und warum schickt sie euch zu mir um euch dieses geschenk zu überbringen milf denn ein spiegel aus eis mir einen spiegel zu schenken ihr amüsiert mich fremdling weder ich noch mein volk haben für so etwas verwendet spiegel sind ein spielzeug eures volks sie dienen der eitelkeit von narren und weibern warum sollte die seherin mir so ein ding schenken das ist doch garantiert irgend so ein fremdlingstrick um mich zu töten ihr erhofft euch wohl mehr erfolg als euer vorgänger ihr sagt ich verstecke mich hinter einem schamanen aber die ganze zeit versteckt ihr euch hinter einem wall von worten wovor fürchtet ihr euch das behauptet ihr und doch scheint euch ein einfacher spiegel scheint ihr euch ein und doch erscheint euch ein einfacher spiegel so fürchterlich ich sehe furchtlos hinein seht ihr und was seht ihr welche wahrheit wird euch enthüllt ich sehe einen mann der sich selbst akzeptiert ob gut oder böse ein mann der die wahrheit seines eigenen spiegelbildes nicht fürchtet ich frage mich was würde der mächtige wilf denn wohl sehen wirklich er wird einen von den toten auferstandenen könig sehen das erstehen einer großen nation und den sieg seines volkes er wird sehen wie zehn städte vom angesichts ferrüns getilgt werden zeigt mir den spiegel und seht einen könig schau tief hinein wilf denn zeigt uns die wahrheit eure worte euer spiegel ist genau das was ich mir vorgestellt habe ein spielzeug das oh nein es darf nicht sein ja die gruppe hat ein gegenstand verloren spieler schwarz was habe ich getan diese grässliche gestalt entweit meine würde und ehre genug weg mit dem spiegel würde und eure ehr würde und ehre war ah der anblick schmerzt nicht wahr arme seele ich kenne den schmerz nur zu gut wir haben wilf denn den spiegel schwarzem eis vor gehalten und damit sein wahres wesen bloß gestillt und sich zu sehen wie man wirklich ist das ist das schmerzlichste von allem seht in den spiegel kreatur die ihr wilf denn seid seht die wahrheit seht euch selbst da ist die seherin doch aufgetaucht was weißt du schon von schmerz du hexe ich hielt den norden in meinen klauen wenn ich die flügel ausbreitete verdunkelte sich das antlitz der welt ich war eine göttin ein mann ein einziger mann hat mir all das genommen mein leben meine liebe alles was ich war aionen ich verfluche dich und die deinen der tag wird kommen an dem ich die menschheit auslösche mhm und mit dir fang ich an du hekt wartet wiff den stopp ok die seherin scheint noch zu dem ist aber zusammengebrochen und die barbaren vom würmstamm sind stinkig auf uns liegt 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 still seherin eure wunde ist tief aber möglicherweise können wir euch noch retten ihr hättet nicht herkommen sollen ohne es uns wissen zu lassen hexe wenn wir es gewusst hätten hätten wir wilf denn in den arm fallen können nehmen wir die 1 es ist eine wunde der zeit sie kann nicht geheilt werden meine zeit ist abgelaufen es war sehr mutig von euch her zu kommen seherin ich dachte ihr wärt völlig von der todesangst besessen und würde es uns nicht helfen wilf denn gegenüber zu treten ich habe festgestellt dass sich angst todesangst nur schwer überwinden lässt aber ich werde nicht zulassen dass die hoffnung meines volkes und die des euren von der angst einer alten frau zunichte gemacht werden der tod holt uns alle und ich kann ihn sogar sehen jetzt heiße ich ihn willkommen lebt wohl sehren ok ich brauch dringend erstmal verschwimmen und das hilft dass ich schlechte dass er schlechte getreffen wird Weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Ja? Einverstanden. Okay, da hinten wird noch gekämpft. Ich wasche mir meinen Wagen in deinem Blut. 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 Okay. Was sagt unser Tagebuch? Wir haben Wift in den Spiegel vorgehalten. Achso, hier wurde irgendwie jetzt alles gekürzt. Ach gut. Sag was du von mir. Es soll geschehen. Was für Rüstungen hattet ihr denn sollen? Kettenhemden, also nichts besonderes. Ich werde tun, was ich kann. Und ein Stufenaufstieg für ihn hier. Sechster und siebter Grad. Oh, können wir jetzt vielleicht Phantom... Wir könnten Phantom-Tour lernen. Jetzt, wo es zu spät ist. Äh... Aber trotzdem nehmen wir das einfach mal. Schatten... Schuss vor magischer Energie. Stein zu Fleisch. Trollische Regeneration. Tödlicher Nebel. Unsichtbarer Pirscher. Wahrer Blick. Zauberabwehr. Zauberabwehr. Unsichtbarer Pirscher-Arbeizauber wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber... Worte macht Stille, haben wir. Kettenblitz. Auflösung. Antimagische Schutzhülle. Ablenkung. Äh... Antimagische Schutzhülle. Nee. Kugel der Unverwundbarkeit. Ja, lernen wir Kugel der Unverwundbarkeit. Stufe 7 haben wir bis jetzt Mordenkais Schwert. Äh... Untote. Verzögerter Feuerball. Malavons Mut. Kelms parierende Peitsche. Ifrit. Finger des Todes. Ersticken. Djinn. Chaos-Sphäre. Verwandlung in eine Eichhörnchen. Verwirrung. Selbstbeziehung mit Lähmung. Nehmen wir die Chaos-Sphäre. Warum nicht? Kann ich helfen? So, jetzt kann er sich theoretisch mit einem Phantom-Tor... Achso, müssten wir erst rasten. Ich hätte erwartet, dass ich es gleich benutzen kann. Wir haben einen Aufmerksamkeit in der Aufmerksamkeit. Hier werden wir noch mit einem behave-Tor, das heißt es kommt.